Yo Leute, was geht ab? Heute mal wieder Unboxing oder Opening, keine Ahnung was es ist, aber heute öffnen wir. Darth Raider, Eiskönigin, Spider-Man, noch mal Star Wars und Mickey Maus. So, ich habe überlegt anzufangen mit dem da. So, fangen wir mit meinem heiligen Messer immer wieder an. Ich würde mich natürlich freuen über ein Like. Und ja, fangen wir an. Ich weiß nicht genau was da drin ist. Okay. So, da drin sind solche Süßigkeiten. Dann gibt es da noch so Poster. Ja, Poster, ne? Kleine Aufkleber. Und ein Ansteck von Darth Raider. Also, cool. So, ich habe mir hier aufgeklebt. Sieht schön aus. Sind zwar ein bisschen klein, aber so, ich probiere mal noch von diesem kleinen Dings da. Also, die schmecken eigentlich ganz gut. So, öffnen wir jetzt einfach diesen Star Wars. So, da ist wieder solche Süßigkeiten. Wieder die gleichen Aufkleber. Ein Schlüsselarmband. What? Hammer, Alter. Hammer. So, jetzt öffnen wir Mickey Maus. Naja, ist eigentlich Mickey oder... Ich weiß nicht, wie sie heißt. Mini, Mini heißt sie. So, da drin sind wieder solche Süßigkeiten. Dann gibt es da solche... Ja, keine Ahnung was das ist. Dann gibt es solche Aufkleber von Mickey, äh Mini. So, ich habe mir eine aufgeklebt. Da ist jetzt Spider-Man. Schon wieder Süßigkeiten. Ein Jojo. Geil, es ist einfach echt ein Jojo. Ich kann das heute nicht spielen, aber... Wow. Okay, auf jeden Fall richtig geil. Dann noch solche Spider-Man-Sticker. Also Leute, ich wollte versuchen, die abzukleben. Aber irgendwie sind die fest. Also, gute Qualität. Kann man in den Müll schmeißen. So, und nun das Letzte. Die Eiskönigin. So, dabei ist... Wieder ein Schlüsselanhänger. Wieder Süßigkeiten. Und Aufkleber. Weil ich sie so schön finde, klebe ich sie natürlich auf. Den Typ natürlich auch. Das ist alles, was wir bekommen haben. Zwei Schlüsselanhänger. Von Star Wars und Eiskönigin. Dann ein Spider-Man Jojo. Ein Mickey Mouse, keine Ahnung was. Und... Star Wars Anhänger. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Man sieht sich bestimmt wieder. Lass ein Abo da. Like nicht vergessen. Also, ciao. Bravo. Entschuldigung.